hamster abend 18 30 und schleuderteil mit lol diesmal wieder und diesmal heißt es bei lol ultimate prime erstmal die begrüßung haben die geile nougat schnitte dabei natürlich so hallo moin moin dann den lieben präger hallo dann roppeln gut er sagt nicht das stumm und einmal tommy hallo so im gegnerteam haben wir pascal ähm andy fridg und die anderen namen konnte ich nicht lesen ja was kann man über den was kann man über den spielmodus groß sagen um wo die mit freilie kürzeln seite oder sind mordkommens mord nennen und nicht mehr die möglichkeit um vor sich das es ist nur der spielmöglichkeit so spielmöglichkeit wo man sachen ich weiß nicht wie das erklären kann kurs ist zufalt das ist ja das ist zu erinnerst das ist ein zufalt generatoren wo du den champ vorgeschrieben bekommst um die ganzen items der screenshot kommt dann rein oder den seht ihr da noch und da ist denn auch die ganzen items da die ich mir kaufen muss ja stell dir auch den link rein für das ultimate parry falls irgendjemand interesse hat das zu spielen ja und da spielen wir jetzt erstmal intern gerade aber da bewegt sich irgendwie grad gar nichts und da ist sicherlich die wand oder irgends ein scheiß da unten die zwei typen ja wir spielen ja ich bin gerade intern normales loll-game wird vielleicht länger sein das vielleicht interessiert es euch überhaupt nicht kann sein aber auf jeden fall wird es witzig weil die items ich muss mir zum beispiel mit tristana das ist ein ap item holen und muss dann auch auf tangy gehen was aber sein kann bei diesem spiel das ist wie nennt man das dass die noch ein alterer als das sind ja es ging krass mensch 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 wenn du minions klaus der du bist tot gegen wien muss ich dann spüren ich muss gegen petro siemens messi und ich habe immer durch ausgestattet auch wenn man ein kaffee stadt und ein doll auf sparen reichen mich auch was hat es noch alles koreanisch koreanisch russisch kommt wahrscheinlich auch noch aber das ist eine gute idee danke muss man irgendwas hier bei tom beachten oder so was muss man machen bei tom nicht unbedingt also es kein schlechter spieler das heißt ja kein schlechter von uns hat er ja eigentlich ist er ja ihnen sagt nichts aus man kann man kann auch sagen als selo wenn du das wie du siehst hallo elo erstmal aber die geht es um die als erstes von uns auf elo gespielt hat alle anderen haben erst danach und angefangen dran lässt es zu spielen am ende und danach darf ich spielen was ich will erstmal aus wenn der w wiederkommt das ist auch fair oder mein kronen neue meta hat die carry und support auf der top man wird das manchmal gespielt wenn top einfach nur scheiße ist wird auf das manchmal aber umgedreht darf ich wo die skil obwohl das eigentlich ja was ist die ulti erst mal davor nicht gemacht werden darf oder was ich weiß dass sie davor gemacht werden darf musst du entscheiden wer ist denn überhaupt mitte ach scheiße gut ich habe einen fehler grad begann ich habe gerade ich habe gerade einen anderen skill gespielt mal versehen aus gewohnheit ja du musst erst mal q ew machen und dann den skill weiter max ach so gut ja erst mal drei skills und dann den skill den davor streben was einfach weiter max ach so da habe ich doch nicht falsch gemacht okay dann habe ich es doch nicht weiter gemacht ich habe jetzt glaube ich habe jetzt irgendwie einen fehler gemacht ich muss als erstes auf fluchssichts gehen wenn du dann nicht mehr wissen kannst es ist nicht mein problem ach klar man muss ich jetzt aber auch zuerst die 2er boots holen oder ja zuerst 3er boots wie immer ausgemacht worden und erst 3er ist wirklich ein totaler bullschild alter ey das ist so ein bullschild alter da drüber werde ich mich wahrscheinlich das torschen das torschen so heißt es bei mir beim 3er boots bitte das letzte bitte das letzte bitte das letzte ist es auch immer den los ja läuft gerade was ja natürlich die kleine angst hast junge verpiss dich junge ja ja wir sagen mit level 6 gehe ich gleich ja 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 ich kann euch mal in der 3er boots holen ja op alter ok ist witzig was ich mit hab ich hab clarity ja 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 ich weiß was ich mit hab ich hab Clarity ja das ist die 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 sie also die 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 Ist Captain ein Item oder verbesserte Boots? Das ist die Verbesser-Boots. Ne, ich hab... Ne, ich Pro kann ja Spanisch, weil Captain in Spanisch heißt natürlich Kapitan. Aber was das Item macht, weißt du, ne? Ja, 8% mehr Rauchspeed oder so für die Leute, die vor mir stehen oder so. Ja, genau. Ach, meine, meine... Ach, muss ich mir das Fatic-Item holen? Äh, ne, du kannst vorher, aber du hast die Vor-Items bauen. Ah, da, Verzerrung. Ah, ich wollt grad sagen, weil, dann hab ich wieder nen Fehler begonnen. Haha, geil! Meine Skiz haben weniger Abklingzeit. Durch mich? Ne, bei mir, äh, das muss ich mir auch kaufen. So. Alter, ich hab das Helden-Boots. Ghost und Flash. Ah, kommt, ist er doch da. Ja. Oh, sorry. Kein Last-Fück überlegen. Oh, wo ist der Mail-Fail? Ja, ich hab's gelöst. Ah, ich hab's gelöst, oder? Ah, ich hab's gelöst. Ah, ich hab's gelöst, oder? Warum ist der Mail-Fail-Fail-Fail-Fail-Fail? Ja, da brauchen wir eigentlich eigentlich nichts machen. Oh, maler Verbraucher, aber was zu einer. das war ein bisschen sparsam sein kommt mir das nur so vorderlernen wie langsamer vielleicht bist du auch am drange wenn wir da vor allem gespielt haben ich jetzt nur so sagen könnte sein da ich jetzt meine ulti-bop-skill nun ja oder nein ja eigentlich schon ich habe ja gesagt mit 6 11 von 16 wer es nicht gelesen hat das selber schuld ja deswegen frage ich dich ja jetzt machen wir ich mache jetzt auch meine ulti bei euch geht es auch gut gegen wen gewinnst du gerade gegen die ente ich meine ich erhöhen kann ist das scheißegal was ich mache oder gerade mal scheinbar kug ist ich brauche jetzt noch sieben monat vorbar ich mal 450 gold wort man gesagt Was ist denn Execution of Calling für ein Atom? Execution? Execution of Calling Ok, hab schon Wollte mal was sagen, ich hab keinen Fall Darf man auch Heiltränke kaufen? Ja, Tränke und Wurzeln erlaubt Warte mal, wird irgendwas vornehmen? Warte mal Also von mir aus hier äter Zeit drauf, mir ist das sowas unegal Ja, ich bin dann eher so auf Endy drauf, wenn das Endy ist Nö, das ist Color und Top Ja, weiß ich auch nicht, wir sind auch die Namen eigentlich Richtig geil, Alter Ja, ich guck da nicht drauf, ich konzentriere mich grad richtig aufs Lasthütten Nice one Pfff Jo Hm Hm Da steht's in mein Lasthütz Oho, da liegt'n gut vorne Ja 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 Wie ist das für das Ich? Nein Robben Hm So Aber Andy hat's schon einige nachsitzenden 描llen Ja, er spielt ja auch und da und da Decke Ah ja stimmt, wenn ich ja ich brauche er konzentriert sich so oft ausfahren und man muss was er können aber meistens so dass mit jedem Schirm eigentlich anders ist ja oder weniger das hält sich immer aus dem Gegner jetzt das war zu viel heute ist die auf mehrfach das mal einfach ersorgen das war vielleicht nicht mehr deutlich ich meine ich habe einen von erfahren Wie viele creepy Items wollen wir sagen, Alter. Das ist lustig. Oh, schade. Ähm, danach ist mir ja selbst verlassen, was ich scannen will, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, was nach den fünf Dingern, ja. Ist ja bloß. Ja, mein, hier ist jetzt auch... Ich kann halt nicht weitermachen. Alter, mein Beil wird so doof. Ich... Ich geh zwar auf AP, aber trotzdem ist das doof. Weiß man. Good job. Ah. Weg? Ähm... Tom kommt ja wahrscheinlich gleich wieder ausgeschlossen. Ja, da sind wir... ... immer so oben. Ich komm schon fort mit dem Weg. Alles klar. Na, kommt da das noch gar nicht. Mies, ey. Richtig mies. Muss doch so, Alter. Du musst das. Was? Sorry, aber ich... ... muss das trennen. Das ist nicht schlimm. Die haben beide OITs auch drauf. Ist okay. Das ist aber noch ein bisschen laut. Ja, ich komm aber nicht ran. Bin zu lang... Ich bin neu, ich hab drei Boots. Bin zu langsam, Alter. Ja, das lieber. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, Relos muss ich als nächstes sagen. Dann... Magie. Wer bist du das Ding? Ich bin Autolos. Ah. Muss ich mich jetzt eigentlich vor Ort kaufen? Nö. Muss nicht. Von mir aus muss es nicht. Wollen wir mal weit machen? Können wir weit, können wir machen, ja schon. Na, verstehe ich noch rum. Sends wird es besser. Sends wird es auf... ...keinen Fall. Sends wird es nicht mehr. Seine Pot es ist... Okay, okay. Der Clown kommt, ne schlechtes Blitze. Okay, Tam fehlt. Ah, da ist er aber da. Ja, die sind da oder noch. wie sieht es bei euch auf der fahrt aus ja läuft er hat 3 0 ich habe nur 1 3 ach schade ich hätte doch ein bisschen mehr dämlich egal läuft trotzdem was der clarity ja johann doch doch los zu flächen ja dafür du hast du da ja naja ich habe flächen kurs alle ist es böser ich habe auch zuerst tot ich will es einfach groß an weg wenn dann doch irgendwas mal ist flash muss das kann ich mir zu holen verkackte erkennung ja doch ich habe sogar ein gold item mein ding glück ist euch weil ich habe jetzt mal alles wir haben auch eines böser so muss das so muss das das großen hat muss ich mir zu holen ich glaube es wird die tägliche so ist es war alles Dienstig mit gezockt habe ich so was baust du denn jetzt ich muss jetzt frozen heart bauen und bei meinem alten bild ist noch egg ist drin ich glaube ich habe auch ein egg ist und was gelesen was an ihr geschrieben hat naja meint wegen dem codec weil es kein vollständiges item ist weil wir doch rushen sollen er denkt jetzt dass du frei brauchst zu sagen bald hau ich alle kauer Ich komm nicht ran. Mann. Boah, ist ja klar. Troll mir mal den Geo. Oder willst du den? Ne, ne, ich tänke dich aber. Okay. Achtung, weigere ich. Oh, sorry. Oh, das macht uns noch nichts mehr. Ah, ich muss meine Skill 6 machen. Ach, mein... Ach, mein... Ach, shit, sorry. Wer hat ja nen Dot? Wollen wir uns mehr? Wo ist denn? Ja, so. Ah, gut. Dann machst du gleich Ulti drauf, ne? Lass mal, weiss nicht. Ja, mit Puschel. Puschel. Nee, dann doch nicht da lang. So schnell. Ich könnte denken, das ist nicht das Problem. Ja, ne, ne, wir machen schon mit Ihnen. Schwachsinn. Warum sollen wir uns mehr abwarten? Nein, 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 nein. Kannst du ruhig haben? Ich hab' kein Problem damit. Ich auch nicht. Das ist nicht so Botlane. Naja, woher weißt du, was du bauen musst? Sicherlich auch gestiegen. Ich hab' dich aufgestiegen. Oh. Kann ich nicht sagen. Ja, wenn ich den Teil nicht aufnach, dann geht bei mir nix. Wenn ich den Teil nicht aufnach, dann bitte. Oh. Kann ich den Teil nicht antworten? Oh. 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 was wird das jetzt hier 54 9 wo und noch einster fisch nachdem Higgs Hallo Breaker Kalle will es aber wissen Oh nee komm 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 naja kaffee ich bin dann so da ich meine morellos und als nächstes muss ich ummelde die muss ich ich muss fernkunden zerbauen ist doch herrlich und jetzt schon auf den ich weiß aber nicht wie ich das mit 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 dings mache ich weiß nur nicht wie ich das mit dings mache mit 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 matriz buchsschnitte einfach erst mal überspringen ist ja die frage ob er irgendwann noch so weit kommen dass er dann noch ein item dafür brauchen wird dass ich mir da irgendwie ein anderes item holen für kotex oder was kommi äh was los internet wahrscheinlich wieder normal halt ein stein hat mir internet ich wollte kurz sagen wie ist doch eigentlich stärker aber gut dann musst du auf ap spielen das freut mich an kann er mich hören ja ja gut oh fuck weil gab es einer zu viel ja da bin ich gerade auch ein bisschen sehr dicht dran gegangen ich bin da ja nicht hinher gekommen ja komm fangen wir den ab hier monge rücken ja kunnet man nicht machen ja stimmt fressen kleinen quacken koppen ja sagt dass er nicht mehr so fertig sind sind wir da am nächsten fahren ist oder Wollt ihr das nicht so? Ja ja Ah natürlich, ach was ich ganz vergessen hab, ihr habt ähm, in der, ihr habt noch Musik in 100grund von Techno Forever Also ich hab grad nix an Nee, ich schon Echt? Warum hab ich eigentlich nix an? Ja, weil du kein Cheeto wirst Ich muss gleich 100 Musik anmachen hier Hahaha Ach man Ja ich glaub die Klo, die wollen uns wahrscheinlich nicht so klomen, weil die grad richtig herverkappen Boah Warwick mit der Hydra, schon cool Ich meine, Hütte baut, äh, Blutdurster Ja, willst du da steht? Ich baue auf AP Ja Aber eigentlich baue ich dir auf Flucht des Ichs Ja guck mal, als ich Ganz ehrlich, Andy weiß auch Wie ich, äh, Nautilus normalerweise spiele als Support Und das ist, du kannst es dir schon fast als normale AT-Lane sehen Mit Vayne und Nautilus Weil ich hab Nautilus schon öfters als Support gespielt Ich hab mit Nautilus Support noch nie Morelos gebaut Hahaha, das ist ehrlich Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Breaker, ähm, mit, äh, Vayne Hextech holt Also, nein Es kommt nicht anzusehen Es ist grad was aufgefallen Der Boni, ist auch noch da Ja, ja Wenn's mir wirklich schweige und geniecht eure Naja Patches Ich mein, ich kann es sagen, mit, 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 Dings hier Kann mir vorstellen, dass die ein bisschen frustriert sind Deswegen aber wenn's halt so ist, dann Wir hätten halt in dem Fall was mehr, aber ihr habt es ja gewonnen Ja Okay, es waren zwar auch einer mehr, aber trotzdem Die Supporter in diesem Runde haben die gleichen Stats, ne, Tommi? Was? 1-3-9 1-3-9 Ja Hahaha, geil Ah fuck, sorry, sorry, sorry Nichts schlimm Ich bin eigentlich nur auf Dings, ja Ich muss ja Das muss sein Ah ja Ein schneller Ja, natürlich auch da Ja, die sehen dich halt, das ist okay Egal, egal, wir brauchen schon einfach Ah, was soll ich noch mal, die Bomben Die Bomben Die Bomben Die Bomben Die Bomben Die Bomben Ja, blöd Das ist doch Ah genau, diese Mondsicher, die ganze Klinge Wo ist denn die? Auch bei RP, oder? Ja, das ist mir Ja, das ist ja auch Ja, das ist auch Matriz Blutschnitte Ja, das ist auch Matriz Blutschnitte Ich sollte mir als nächstes Erzengels Stab holen und was dumm denn da? Ja, jetzt kommt's eben halt, jetzt muss ich mir äh, Matriz Blutschnitte holen, im Prinzip hol ich mir das als erstes Wenn das auf Elch ist und entscheidet dann, oder was? Wohle, wie machen wir das jetzt? Wohle, wie mache ich das jetzt am besten? Was? Ja, ich überspringe jetzt einfach Matriz Blutschnitte, oder was? Ja, überspringe einfach erstmal Leul, das Item, was ich gerade als nächstes haben, es gibt auch nicht mehr Mondsicher Klinge oder so hieß dieses Item Das, was Zähigkeit gegeben hatte Ach das? Das gibt's auch nicht, Leul, den muss ich auch überspringen Ne, es gibt aber ein anderes mit Zähigkeit Das, das ist C4, glaube ich, oder? Pass auf, da oben kommt noch wie du gestürbst Komm, das ist mal hoch, Riker Ja Ich muss aber noch schnell der Versuch mitnehmen, wenn der noch da ist Also ich überspringe jetzt erstmal das Item und danach hole ich die Alternative Also auch an dich heute, versuch dann irgendwie Hol dann einfach eine Alternative am Ende Was gibt's denn da für eine Alternative? Ja, ich bin hoch gerade Machst du Ulti auch weiter? Okay, doch Soll ich Mitte mitkommen? Obwohl doch, jetzt, ja Warten auch kurz Komme, ich komme, komme Ah, towered Nice man Job, bitte durchpushen, komm Die können uns nicht anhören Ja, das ist nicht 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 Es tut weh mit Karma auf Lernstab zu bauen. Es tut weh mit Nautil, auch wenn es relativ gut funktioniert, ist es besser als AP bei Morelos und Melody. Aber es tut auch weh. Da weißt du Fluch des Lichts, dann kommt Lernstab, ein Wille der Oralten, ja das geht mir auch, ein Donnpanzer. Und dann noch halt so ein Schwaut, was du mir davon gezeigt hattest. Naja, das ist ja so ein Superdite. Superdite, ja. Ich will mir mal den uns in Red. Ich muss mir als nächstes diesen Krummsäbel holen. Also mit so einem Riesensturm eine Quecksilberstache. Ach, die sind Silberstache. Ja, ja, ja. Eines AD war auch gar nicht so schlecht für mich. Ich hab irgendwie nichts zum Slown. Ja, dann... Oh, danke. Will ich auch die anderen zwei Clips haben. Ich bin ja, die haben ja CV. Ich kam gerade oben, da dachte ich mir, ah, weg hier. Was? Ich hab Elgis, ich brauch keinen Elgis zu holen, weißt du? Ich hab auch glaube ich einen Elgis mit Trampon. Ich geh mal kurz. Ne, hab ich nicht. Wuhu. Ich geh mal kurz mal die Welfe. Achtung, Bauregis. Also im Channel hier. Ja. Komm. Darf ich mir eigentlich das Wart Item kaufen? Ne, oder? Ne. Ne, nicht so groß. Warts? Ja, aber das Item. Genau, ja, Warts darfst. Das Item nicht. Ok. Wie, das Item nicht. Also auch nicht, du bist ja die Niederscheid? Eigentlich nicht. Hab ich aber auch immer auch ihm gesagt, aber... Ach du Kacke, mit der Scheißestaube. Ja, scheiß drauf, die haben sich eh mehrere Leute geholt. Ich habe eigentlich gesagt, nicht zu dieser Items, die im Inventar selbst bleiben. Was ist die? Ja, die hatte ich ja auch mal extra mit. Aber es ist eigentlich im Prinzip egal, weil es haben sowieso noch mehr andere Leute geholt. Von daher scheiß drauf. Die Gegner holen es weiter uns gerne. Warum kriege ich das Entzünden ab? Warum werde ich gefokust? Es gibt so viele Fragen. Also im Prinzip überspringe ich jetzt einfach ein Moonflare Spellblade, weil die Seiten gibt es halt nicht mehr. Mach erstmal weiter. Ah! Ja, mir nirgends, pass auf, jetzt hast du ein Schild. Ja. Ich hab gefehlt. Ja, Steam hast du da eine Verzauberung für deinen Pool? Ja. Auf, 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 auf. Nei, was war denn jetzt mit unserem Tower? Was war denn das grad bei uns von Tower, da warst du? Ja, natürlich, jetzt hab ich nicht aufgepasst, jetzt hab ich nicht angepasst. Da ist das, was ist der Schloss? Ja, ich hab ja hier, das ist der Schloss. Ja, ich hab ja da. Ja, ich hab ja da, ich hab ja hier, ich hab ja da, ich hab ja hier, das war ja da, ich hab ja Warte kurz, ich guck mal kurz nach. Ich guck auch gerade, eigentlich wieder ein Witch-End ja dasselbe, fast. Witch-End. Zum Teil. Schaden und Attack-Speed, ja. Ja, dann hol die Witch-End. Glaub ich jetzt einfach mal weg, wenn die drüben halt dann eben rummeckern. Wussten wir halt vorher nicht, ist egal, aber Witch-End ist glaub ich das was am liebsten. Wussten wir schreiben für Witch-End statt Mathe-Zwutschnitter. Ja, können wir gerne drinschreiben, aber... Pff, ist egal. Pff, jetzt mach ich der Match. Was ich wegen meinen Wardens-Mail-Problem machen werde, ich werde mir zwei Wardens-Mails holen. Einmal die Wardens-Mails, die mir angezeigt wird und einmal die, die ich dann auch für Frozen hab brauche. Ich denke mal, das sollte dann fair genug sein. Ich hab noch nie einen Rise mit so viel Attack-Speed gesehen. 1,12. Ja, ich bin auch nicht schön für dich ne, dann 1,0. So. Wo? Das ging bitte? Ja. Ja komm, wie viel sie hat. Der lab wahrscheinlich schon was wäre. ja keine lebschirme mehr nein egal wir pushen einfach weiter leute nein nicht zu uns ach scheiße ich weiß nur wir jetzt ja dann hol dir wir jetzt das ist glaterne ja meinte ich auch wir sind sowieso am verlieren von daher nicht ich jetzt wo das zu spät das war auch viel zu spät da hat die leben ja schon wieder ja bitte das wohl einfach links regels ja ich wollte da jetzt sowieso nichts mehr ich habe jetzt ist ein item schon gekauft ich kann zurückgehen und verkaufen ja ich geht so geht so schnell zurück macht nur noch nicht so schnell zu Ende weil ich mir das nur verkaufen und mir wickelt worden bitte ich das umdrehen hier äh also ich will einfach finishen so znatzen die uns jetzt noch ja finish einfach das ist mir jetzt eigentlich relativ Martritz, Martritz Schnitter ja ich hab mir Martritz Schnitter noch schnell geholt wir können finishen noch ne Runde noch ne Runde ich steck nicht zusammen ich glaub die da unten wären nicht dabei ja leute das war's mit ja League of Legends Ultimate Prairie ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal wenn es heißt Damsagabend 1830 Schleuderteil Chancen Tschüss 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 Tschüss